Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Sportsfreunde auf MaverickTV. Mein Name ist Maverick Berlin und ja, es ist laut geworden, viele sagen, der kneift, warum kommt das Video nicht hier und da, ihr wisst ja momentan gibt es ja ein paar kleinere Probleme auf MaverickTV und es hat einfach keinen Sinn ergeben, aber wer mich kennt, ja, wer vor allem das alte Pfefferspray Video kennt und wer sonst noch die ganzen Jahre schon zuvor dabei ist hier auf MaverickTV, der weiß ganz genau, der Onkel kneift nie, selbst wenn hier Klitschko anfragen würde, ich würde niemals kneifen, wenn die Gage stimmt und ich sag mal so, kommen wir mal schnell zu der Hot Mama Soße, ich baller mir eine Flasche, obwohl ich damals gemeint habe, dass es noch kommt, dass ich es noch andeute, wenn dann irgendwie was daneben geht von einem Bettschein, dass ich die dann esse, aber dann haben viele verstanden, dass es ab sofort gilt, aber jetzt ist es im Endeffekt egal, ja, ich schaue einfach eine Flasche weg und ich sag mal so, die 12er, die habe ich schon aufgemacht und die ist hier Schärfe 4 von 5, ich hoffe man kann das hier irgendwie erkennen, ja, schwer zu erkennen, 4 von 5, aber die ist schon auf, ne, Chili Mix 12 und ich würde mal sagen, wenn, dann müssen wir das hier mit den zwei Regeln, die sind noch zu und da haben wir Yellow Habanero und Red Habanero, werde ich jetzt live, würde ich sagen, ihr könnt bestimmen, welche ich jetzt hier exen soll, die sind noch beide hier richtig original verschlossen, ne, werdet ihr auch gleich sehen und die sind beide Schärfegrad, das steht hinten drauf, ne, Schärfegrad ist 8 von 10 bei beiden, ne, bei beiden ist der Schärfegrad 8 von 10 und ich würde mal sagen, jetzt Yellow Habanero, Red Habanero, Red hört sich noch schärfer an, deswegen sage ich mal, die Red Habanero, 20ml Flasche, die werde ich mir jetzt gönnen und dann gucken wir mal, ob das jetzt wirklich hier ein bisschen was zackt, ne, erstmal original Flasche aufmachen hier, damit es richtig knackt, knackt nicht, aber ist auf jeden Fall die Soße, ja, also nicht, dass jetzt, boah, das hat aber schon miesen, miesen Geruch, Freunde, oh, das wird auf jeden Fall ein Erlebnis, jetzt gehen wir mal hier drauf, oh, man, Alter, hier ist noch was drin, oh, scheiße, jetzt klappt es noch, so, ich würde mal sagen, ich schaue erstmal das hier weg, ist alles, das ist noch mal, also, das ist noch mal, zieht auf jeden Fall schon gut rein, ja, ich muss sagen, oh, das zieht, ich habe ein bisschen Probleme zu reden, wartet mal, ich hatte mal früher, alle, die mich vor zehn Jahren noch kennen, oh, jetzt spitze ich auf jeden Fall, mit Zerstörer, Atze und Geiserfeuerscheißer, an Kanal mit Scharfessen, da haben wir 500, 600.000 Klicks geschafft, ich bin es eigentlich gewohnt, aber Jahre nicht immer so scharf gegessen, überkrass, voll Bauchschmerzen, Alter, 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 warum habe ich mir das jetzt angetan, Alter, Alter, habe ich jetzt mal an Krämpfen, Jure, Jure, also in die Suppe kann man es geben, aber auf Ex, zieht auf jeden Fall die Hot Mama richtig einen ab, jetzt wird es schon besser, ich will gar nicht reden, Alter, alter Falter, aber ich will gar nicht wissen, zehn von zehn, aber wer die in groß sich reinballern würde, oh, geht klar, also die erste Minute, eineinhalb Minuten, auf jeden Fall krass, jetzt geht es wieder, aber, ich lasse mal noch eine Minute wirken, den kommen auf jeden Fall auch, ich habe auf jeden Fall also nochmal zurück, mit Zerstöreratze und Kaiserfeuerscheißer, ein Schafkanal gehabt mit 50-600.000, da nannte ich mich Johnny der Ripper, und da haben wir auf jeden Fall, auf jeden Fall die Source auch, weggeballert mit, mit Bulette, und das war irgendwie 7,1 Millions-Kurbel, damals, und da, das war, da reicht nur ein kleiner Tropfen, und dann ist man richtig, ich merke, ich möchte mich richtig geben, oh, ich merke, die immer verschwindet einfach nicht, oh, die Freunde, war eine einmalige Sache, weil, ich bin auch nicht mehr der Jüngste, Magen, ich merke, das wird heute ein harter Tag, ich habe es jetzt nur geballert, jetzt mache ich die Nudeln gleich fertig, mit Brokkoli, ich habe es jetzt eigentlich nur geballert, damit, damit hier alle die Schreibende abgekniffen, oder so, jetzt sie kurz mal sehen, der Onkel kneift nie, aber zieht, oh, unfassbar, in diesem Sinn, meine Schwarz Freunde, Dankeschön fürs Zuschauen, das war das, Hot Mama Video, auf jeden Fall eine leckere Soße, Piss Outer und Ratatata, macht die Geldzieher Maschine, yeah, ja, 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 ja,